hallo und herzlich willkommen bei wie wandern wir haben wieder ein paket bekommen und das möchte ich mit euch zusammen aufmachen schauen wir mal rein mit dem karton und es ist der wie wanda gecko hook der wie wanda gecko hook ist ein adhesionskraft haken das heißt er klebt ohne klebstoff nur durch die anziehungskräfte auf allen möglichen glatten oberflächen erhält bis zu drei kilo ziemlich viel in einer verpackung sind zwei haken hier sehen wir ein und auf der anderen seite ist der andere haken da kann man ihn sehen genau hinten sind die anleitung bebildet und noch ein paar warnhinweise was man damit nicht machen sollte ja machen wir mal die packung auf machen wir mal die packung auf so wie gesagt zwei haken da ein zwei kommen auf der pappe wenn man den nicht mehr braucht kann man den haken da wieder drauf heften er ist nämlich wiederverwendbar und weglegen deshalb pappe aufheben hier haben wir auch noch mal die anleitung in drei verschiedenen sprachen und das war eigentlich schon alles zum wie wanda kraft haken der gecko hook klebt wie ein gecko ohne klebstoff ok vielen dank bis nächstes mal tschüss bis zum nächsten Mal